Hi Lisa! Sie heißt gar nicht Lisa. Ich weiß, ich weiß. Aber wenn ich jedes Mal wieder Hi Lisa sage, kommt sie irgendwann zu mir und sagt, mein Name ist gar nicht Lisa, sondern Jennifer oder sonst wie. Und ich entschuldige mich dann und sage, ich dachte, du wärst die Lisa, die sauer war, weil ich nicht angerufen hatte. Und von da an denkt Jennifer, oder wie sie auch heißt, dass ich eine Frau kenne, die genauso aussieht wie sie und die ich abgewiesen habe, dadurch entwickelt sie unbewusst das Verlangen, bei mir zu landen. Und der Rest ist leicht. Verdammt!